Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem nächsten Programmvorschau heute am 05.01.2023. Ich kann leider mit überhaupt nichts Positiven aufwarten, ist ja aber auch erfahrungsgemäß so zu erwarten. Und Katzenvideos wird es von mir nicht geben, den Puma habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gebracht. Nicht, dass der Geschichte ist, aber der braucht jetzt hier auch nicht mehr oder weniger als Lückenfüller zu fungieren. Ja, noch zu viele deutsche Familienministerin will Schwangerschaftsabbrüche neu regeln. Geht also in dem satanistischen Auslöchprogramm munter weiter. Könnt ihr gerne schauen bei Bitschut, bei Odyssee oder bei Rumble. Gelangt dann zu eurer Lieblingsplattform und das ist jetzt hier keine Angabe. Da habe ich mich jetzt nochmal eingeblendet als kleiner Kerl. Ja, ein Putzischer. Ach Gott, was ein goldiges Baby. Naja, lass mal das. Aber wenn das dann durchgegangen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht auch gar nicht da. Ja, einfach das nur so, um das hier nochmal ein bisschen mehr zu unterstreichen. Dann wie gesagt nochmal vielleicht bis gleich. Tschüss.